In den Boxen kann man eine Menge Zeit gewinnen oder verlieren. Halte dich also zurück, wenn du dich der Tempolimit-Linie der Boxengasse näherst. Während du dich ihr näherst, ziehst du eine Benachrichtigung über das Tempolimit in der Boxengasse und die Entfernung zur Linie. Wenn du diese Grenze zu schnell überfährst, erhältst du eine Strafe für Geschwindigkeitsübertretung, sei also vorsichtig. Man kann jedoch wertvolle Zehntel gewinnen, wenn man alles richtig macht, also bremse erst so spät wie möglich. Eine effektive Einfahrt in die Boxengasse ist entscheidend dafür, dass du und deine Boxencrew eine optimale Boxenstoppzeit erreichen. Wenn du das Timing verboxt, kann dies den Boxenstopp enorm verzögern, was wiederum entscheidende Sekundenvorteil für deine Gegner auf der Strecke bedeuten könnte. Bei der Boxenausfahrt ist es wichtig, nicht die Strecke zu befahren, bevor das Ende der weißen Linie am Ausgang der Boxengasse erreicht wurde.